Hi Leute, ich komme in Beut, Tschüssi, Schubech! Ja Freunde, gestern war auf jeden Fall ein sehr, sehr geiler Stream, weil wir hatten endlich mal wieder ein heftigstes Packlack, Freunde. Ist auf diesen Account zurückgekommen. Die Weekend League war so ein bisschen Schmutz, dann sind wir noch in Warzone rüber. War auch sehr, sehr geil mit Broski und Ernäh, Jungs. Muss nochmal, Liebe geht wirklich raus, Jungs, für euren Support. Einfach so nachts um 0 Uhr, noch 8000 Zuschauer, Liebe geht raus, Digga. Absolut liebe Freunde, ja. Und ja genau, Level Up könnt ihr auch gerne mal abchecken, Freunde. Da gibt es aktuell die 3 für 2 Aktion mit dem Code TC2, könnt ihr da, wenn ihr natürlich 3 Sachen in den Warenkorb legt. 2 bezahlen, 3 mitnehmen. Genau, so sieht es aus, Freunde. Deswegen lasst hier ein Däumchen nach oben da für diesen geilen Stream, dass endlich wieder Packlack da war, Freunde. Lasst ein Abo da und jetzt gönnt ihr euch, kommt, 10.000 Likes auf Mann. Ciao, ciao. Jetzt bin ich gespannt, was sie raushauen. 19 Uhr. Ah, EA Sports. Van Dick, Pogba, Bale, Alter, geil. Die Maria, La Cassette, Douglas Costa, Hern Andes als LB. Ne, uff. Äh, Le Mar, Da Costa, Lasagne und Eggestein sind dann SPCs oder was? Oha, Jungs, sieht gut aus. Rein da in die Luzi. Oh, und Dennis. Oh, boom. Machen wir denen doch mal direkt alle die Serverschen wieder. Nein. Komm schon, rein da. Theo Hernandez, ja. Schmutz, Schmauz. Cordoba als Aufgabe von Köln. Oh, Walkout. Spanien. Van Dick mit 5 Sterne wie gut. Das ist krass. Douglas Costa, ja. Douglas Costa, sag ich schon. Der andere, da Costa. Der war aber auch bombestark. Ah, Jungs, komm, push. Braucht einer von denen. Da, der ist es jetzt. Ah, immerhin Walkout. Was soll's sein? Stürmer. Ino Erna. Oh, Gott. Komm rein, die bremsen uns aus. Jetzt rein, jetzt rein. Immerhin Walker, oder was wird's wieder sein? Oh, Eriksen, Alter. Mach weg, dann griff er. Eriksen. Komm mitnehmen. Hm, das ist weg. Na, ist noch, ist noch, ist noch. Kriegst du noch, das ist er. Komm, das ist er. Die schicken dich rutschen. Oh, Gott. Rutsche geschickt. Ah, das war's. Okay, war nicht so erfolgreich. Ich glaube, wir gucken mal hier vorne rein. Aufgaben. Was haben wir da? Alter, Büffel. Schon Büffel, Alter. Nur ein Abräumer, ne? Ja, Abräumer. Bereite in zwei separaten Rivals partieren. Ein Tor mit Franzosen vor. Okay, das geht. Ein Tor per angeschnittenen Schuss mit Ligue 1-Spielern mindestens. Okay, geht auch. Schwachen Fuß auch. Werde bei 7-7 mit Mittelfeldspieler. Schwachen Fuß im Torschützer. Okay. Es ist aber wenigstens keine Flanke drin. Oh, Cordoba. Das sieht krass aus. Ah, das ist alles Squad-Battles. Okay. 20 Uhr. Ohne rein da. Da bist du. Komm, 70.000. Gönn uns jetzt ein. Ah, Inf-Forkout immerhin. Geh ich. Nein, nein, nein. Bei der zweiten Liga war der Gegner einfach besser. Amk, genau, Dennis. Du kommst bestimmt als Nelite. Rutschen. Rein, Jungs. Komm schon. Ich will jetzt so ein Foot-Burster-Spieler. Mann, Knaller. Wenn du ins EA schon einlädst. Wenn wir mit schlechter Laune dorthin kommen. Dann müssen sie uns was geben. War nix, oder? Oh Gott, das war nix Besonderes. Also, Deutschland wird er wie immer. War Deutschland? Ja, ja. Neuer. Wow. Drück ich weg. Jole Ma. Oh. Scheiße, Tony. Oh, Belgien. Innenverteidiger. Safe. ZDM. Witzelig, schwitzelig. Heute kommt was Großes, Timao. Ja, Jungs, wir haben es gehört, dass es geklingelt hat. Keine Ahnung, weil jetzt klingelt es in der Lightning Round. Hat gerade Pech gehabt, oder? Komm, rein. Tony, sweet. Cockney VIP-Army, Dankeschön. Die Lightning Round geht vor. Wir sind bei EA auf dem Geburtstag eingeladen. Und die können nicht. Oh, Inform-Walko, oder was soll das sein? Bail. Soll das nicht die... Nein, der war doch letzte Woche. Das war das Partei. Hey, aber bringt leider gar nichts. Wollt ihr nicht dran, ist die. Jungs, ich muss weiterziehen. Die Chance muss ich ausnutzen, wenn es die Mauer weg ist. Scheiße, 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 scheiße. Ich darf es nur mitnehmen, Digger. Das ist ein Weichser. Das nutzt er direkt aus. Wird schadenlos ausgenutzt. Wahrscheinlich ist das jetzt einer. Rockout. Spanien. Ich tippe auf Palero. Es geht durch. Ich mache da einen Dreißer. Du Assi. Nein, er durfte. Oh, der Jänner. Was heißt hier, Olivier bringt 30k. Ja, aber immerhin. Was soll das sein? Kann ich direkt weg... Was soll's? Anna Piché, bist du ein Assi. Gaußel sich einen Tick zurück in deine Höhle. Digger, was ist da los? Was geht's so nicht, Digger? Können die eine Pop gönnen? Jetzt rein, Digger. Aber ich meine, das Teamwende hat da auch eine... Ikone? Nee. Hm. Hm. Mann! Nur SBC-Futter kommt da. Jetzt, komm. Wen willst du, such dir einer aus. Sag schnell, du musst schnell sagen. Sag's! Pogba. Ah, Spanien. Argentinier. Este... Accumulator. Nee, sorry. Scheiß Trollers wieder hier unterwegs. Wie viel nehmen wir von denen mit? So ein bisschen weg. 50. Gleich weg. Es sind noch 17.000. Ja, die gehen ganz schnell. Natürlich nicht. Wenn ich jetzt mit meinem Pullermann aufmache. Ich weiß, EA, ich hab einen kleinen und einen langen Sack. Aber jetzt könnten wir, wenn alles scheiße ist... Bleibt auch der Scheiße, Digga. Oh nein. Oh nein. Ich sag, is gut, is gut. Brauch ich dir gar nichts entgegenzusetzen. Das war, glaube ich, Stürmer, ne? Ja, war Stürmer. Ich komm, der rausgesungete Kummer. EA Sports. Oh, bitte schenk mir was jetzt. Was soll das sein? Warte. Nein. Ja, was? Dennis. Belieft. Ja, wir beliefen doch. Vielleicht brauchen sie kurz das da noch. Das brauchen sie. Das wäre zu krass jetzt. Das wäre jetzt zu krass. Ich hab eben kurz auf Eiken, bitte. Weil, wenn die nicht durchfahren, dann ist es schon eklig weiß, ne? Die FIFA-Points. Da geht's rutschen. Bitte EA Sports, bitte. Eiken auf Anzeige ist da. Moin. Ah, Broski, Eggestein. Eggi! GG. Ach, wow. Bali? Ja, war klar. Edersonne. Bali-Sonne, Edersonne, Edersonne. Das Rutschen. Das Rutschen nimm das letzte noch mit. Du kannst dich gar nicht im Rutschen verabschieden. Uah. Ach du Scheiße, das geht nicht, Digga, musst du. Wenn es ein Doppelrutsch ist, öffnen es halt keine Packs mehr. Glück gehabt. Bonkai. Au rei. Halleluja, haben wir jetzt alle Torhüter gezogen? Spanien? Neujahr? Das läuft. Fussball-Sonne, Junge, komm jetzt! Nein, warum nicht Frankreich? Fuck, Digga. Mittlerweile wissen wir, was der Hund wert ist. Oder Belkin. Das hätte jetzt geschmeckt. Das hätte geschmeckt. Die speisen sie mit denen ab. Warum? Unser Niveau vielleicht. Oh, nee. Na, ich drück's nicht. Rüdiger, warum so tief? Ah, das schmerzelt, Alter. Ich wollte eine geile Nation sehen. Das ist schneller, geht doch gar nicht, Digga. Jetzt mal hopp, Hand aufs Herz, geht es schneller? Ich würde nicht sagen, dass es schneller geht. So schnell geht die Anzeige gar nicht mit. Das sind locker irgendwelche chinesische Kinderhände, Digga, die dann direkt snipen. Es ist ja blind. Das sind die Bots hier aus dem Chat. Oh, Digga. Ganz ehrlich, ich als anonymer Zuschauer hier, aus einer neutralen Position. Kick nicht schneller. Ah! Sie sitzt daheim und snalten. Und dann hängt der Server. Da, da! Was denn? Es war bei einer Stunde und es hat achtfach gedreht. So, rein da. 60.000 sind da. PJ meinte, du hättest nach der einzelnen Flüge ein Teamdressing-Nummer. Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Da ist er los! Engelstein. Da bist du doch! Da bist du doch! Da gibt es uns so einer. Egal, Engelstein ist geil. Ege Steune ist geil. Ege! Gut reingestartet, komm schon. Na, Kacke ist er nett, Digga. Er bringt nicht so viel. Aber ich finde, Kacke sehen die Stats nett aus. Schieber ist er, safe. Komm rein da. Komm, ihr Sports. Gibt den krassesten. Immerhin Walkout. Oh, was ist das in meinem... Oh, Immobile. Die locken mit dem Eckstein, safe. Es war nur gelockt. Eckstein, Eckstein, alles muss versteckt sein. Komm, wo ist die beste Firma der Welt? Wo seid ihr denn? Ja, da ist der Nächste! Die Maria! Ja! Da bin ich! Stark! Ich bin echt stark gelockt, Digga. Da bin ich da! Stark, stark! Bruder, du kommst ins Team! Waffeln zum Geburtstag! Der ist Maschine, Maschine! Waffeln zum Geburtstag! Das ist der Schlüssel! Waffeln zum Geburtstag! Die Maria nimmt mal mit, Digga. Hashtag Waffeln! Ah ja, geil. Was hat er ausdauert, glaube ich? Doch, ist gut bei dem. Digga, wir haben endlich mal wieder einen Spieler gezogen, der über eine Million wert ist. Und reich. Ja, was soll's sein? Nervis. Was soll's sein? Ah, immerhin. Ah, der Coole, der Coole, der Cooly. Immerhin 89er, SPC-Futter. Stimmt, war das die, Tommy? Sicher? Aber letzte Woche hatten wir zwar Food-Burst-Spieler, einige, aber... Oh, shit. Scheiße, gefettfinger. Obwohl, passt, ne? Nicht so ein Knuller. Scheiße, gefettfinger. Bis zum nächsten Mal.